Hallo. Hallo. Hi. Da seid ihr ja. Ja. Was ist denn hier? Hey. Oh mein Gott. Hey meine Lieben. Fresh, dass ich dich eingeschaltet habe, Leute. Caden, sag mal hi. Caden ist ja versteckt. Sag mal hallo. Hallo. Was ist das hier alles? Was ist das hier alles? Es sind Weihnachtsgeschenke und wir sind... Ach ne, 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 das wusste ich gar nicht. Weihnachtsgeschenke. Ah, geil. Und was machen wir denn heute? Hier liegen Geschenkpapiere und die Geschenke liegen einfach so rum. Also was machen wir denn? Was machen wir wohl? Ja, weiß ich auch nicht. Geschenke einpacken. Nein, wir gucken nur die Geschenke an. Ja. Trittisch. Mhm, genau. So, dann machen wir mal Platz, ne? Wollen wir mal beginnen, oder? Wollen wir einfach anfangen, ne? Oder wolltest du noch irgendwas erklären? So, das musst du vielleicht gleich zum Schluss machen. Ja, das ist Keynes, ne? Ja. Okay, wir haben einfach die Kamera angemacht und dachten, dass ihr uns dabei zugucken könnt. Vielleicht machen wir auch eine Challenge. Wer hat die schnellsten Hände? Ich denke, wir stellen einen Timer, eine Minute. Können wir ja machen, ne? Ja, dann können wir ja Pi mal gucken. Jeder sucht sich ein Geschenk, würde ich sagen. Erstmal. Würdest du das jetzt machen, bevor wir anfangen, das zu machen? Ja, oder? Ja, okay. Also Keynes Geschenk kommt zum Schluss, meinst du? Ja, ist am besten. Alles klaro! Alles klaro, wunderbaro, hört gut zu! Ich glaube, ich muss meins erstmal aufmachen. Leute, eigentlich wollte ich jetzt sagen, was ich in der Hand habe, aber ich weiß, dass diese Person unsere Videos auch anguckt, deswegen wäre das ein Eigentor. Ich wollte das gerade sagen, aber lieber nicht. Ja, okay, das ist ja mehr als offensichtlich, ne? Du, Klaus? Ich weiß nicht, ob eine Minute jetzt gut ist. Ist eine Minute gut? Oder wir machen einfach, wer am schnellsten eingepackt hat, ohne Timer. Ja, das Beste. Weißt du? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wir machen einfach auf die Plätze fertig los. Ja. Wir können den Timer anmachen, um zu gucken, wie lange man vielleicht gebraucht hat. Ja, ja, ja. Okay, das hört sich doch schon mal gut an. Okay! Aber das ist doch von unfair. Guck mal, wie klein deines ist und guck mal, wie groß deines ist. Ich meinte, irgendwie wäre das doch gut, wenn wir jetzt irgendwie so was hätten, was wir gleich hätten. Wir haben nichts, was gleich ist. Ich kann auch das nehmen. Aber sowas ist gut. Ja, aber das müssen wir auch unterhalten. Okay, dann, okay. Das ist zusammen, ne? Ja, das gehört da rein. Okay, dann Shake. Bist du bereit? Natürlich. Und was, warte, ein Geschenkpapier. Nein, 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 dann war es ein Stopp. Bist du bereit? Ja! Ja! Natürlich bin ich bereit, dich wieder zu besiegen. Team Ben Jungs! Okay, ich hab ja nicht nur Jungs, die mich eventuell anfeuern, aber ja. Team Ben Fresh und Team... Team Daisy! Nein, Leute, nein, 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 nein. Mama! Ja? Von Dingen, wir haben nur eine Schere, wir müssen eigentlich alles vorbereiten, bevor wir beginnen. Ja, okay, stimmt. Weil sonst, und ein Teaserfilm, wir sind echt... Das ist Chaos, ja. Wir sind Chaos. Ähm, ich muss dazu noch sagen, dass wir jetzt nicht einfach am schnellsten nur einpacken, sondern es muss auch schön aussehen. Das werden wir uns ja auch verschenken. Die können ja später in die Kommentare schreiben, einfach, vor wem das einfach fresher aussieht. Komm mal hin, Mama! Kay hat wieder schönen Spaß, ne? Kay, ich muss aber echt sagen, ne? Schade, dass du deinen ersten Schnee nicht miterleben kannst. Ja. Weißt du warum? Weißt du auch, Kay? Ja. Es hat immer geschneit, und jetzt, guck mal draußen, kein Schnee! Ja, das ist dein. Schade, ne? Schade, Mama Lade, ne? Mama, das ist dein. Kein Schnee. Ja. Okay. Wollen wir nicht so viel reden und sitzen wir nämlich morgen noch hier? Nee, ich hab einfach kein Weihnachtsfeindling. Das ist jetzt einfach nur so. Mama, dann muss ich wieder mal... Was ich meine? Auf die Plätze! Fertig! 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 Mama! Das geht. Da. Mama? Ja. Der Tisch ist zu klein. Fertig! Oh Mann, das ist aber schön! genau so glitzert das alles ja was meinst du dir dass du das genau nehmen sollst ja aber das sieht schön aus ja ich hab einen hut zu rumpfen mit deiner mama ein hut zu rumpfen rumpfen oder rumpfgeladen warum haben wir einen hut zu rumpfen ist das für oma? nee der holt der weihnachtsmann ab oder? kommt der weihnachtsmann wir machen jetzt geschenke es ist der weihnachtsmann es ist der weihnachtsmann ist fertig? ach ne mal eine minute so ok gleich musst du das reinhalten es geht weiter wirds auch weiter gedreht das ist der weihnachtsmann das ist der weihnachtsmann schnapp das ist der weihnachtsmann mal die Du kannst es einfach nehmen! Geschenke sind Geschenke Geschenke Fertig! Fertig Leute! 4,6 Fertig, aber das ist doch nicht schlimm Nein Fertig einfach, hier Und hier Leute, sie sagt zu mir, guck auf wie das aussieht Ich dachte, man macht erst mal Erstmal, guck mal hier, bitte Hier ist das Band Ja, warum nur, guck mal hier wie locker, Leute Ja, das ist scheiße das Band Guck mal hier Ja okay, lass mal das hier So einfach mal bei mir Versteht ihr was ich meine? Also Leute, schreibt bitte in die Kommentare Ja, du mal hier Ey, unten ist ja egal, weil man guckt ja nicht nach unten Sondern man schreibt das unten Ja, genau Gewonnen einfach! Fertig! Ich muss das nochmal machen Hier, Geschenk Nummer 1 ist dann Du willst das auch beschriften oder so? Ja, du musst den Namen auch schreiben Damit wir auch wissen, wem was gehört Krugeschreiber Flüstern hier, wie geht das? Aber nicht so groß, ne? Papa! Leute, ich bin ehrlich Aua! Ich hätte nicht damit gerechnet Mama, nein! Weil Geschenke einpacken und so Leute Ist nicht mein Ding, ja? Viele Männer haben nicht so schnelle Hände, aber Leute, bitte Ist okay Ich denk mir einfach immer halt, Geschenk ist Geschenk So, wie ist das, was ich meine? Nur Inhalt, nur der Inhalt ist das, was zählt Sie ist immer noch nicht fertig Man sieht das auch irgendwie aus Nur hier Glitzer Wir haben uns was Tolles beigelassen Schade Das war die Challenge Jetzt geht's weiter mit den restlichen Geschenken Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare Ob ihr auch so Stress hattet Seid ihr eher so eine Person Die die Geschenke schon im Voraus holt? Ich hab irgendwie das Gefühl Dass viele immer die Geschenke Auf den letzten Drücker holen Aber ja, was soll's Jetzt sitzen wir hier Und packen alles ein Ja, was sagst du nochmal? Freut's dich schon? Doch, Bescherung ist auch was Ja, die Bescherung, ja Aber jetzt gerade ist es so Oh, Stress und Druck Und bla Und schnell, schnell Und habt ihr nicht gesehen? Wenn alles unter dem Thumbomb hingestellt wird Dann ist es ein anderes Feeling, ne? Ja, das stimmt Leute, ohne Schnee, Leute Ohne Schnee Weißt du, mit Schnee Beste, beste Oh Papa Beste Leben 1,8,7 Beste Leben Leute, schreibt mir schon so Er ist asozial, er hört 1,8,7 Das sieht doch schön aus, Leute Das sieht doch schön aus, Leute Oh, Mama Oh, nicht schlecht Wie gehört das hier? Ah 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 Und hier Ah Kaden, gefällt dir das da besser als bei uns? Ja 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 Sehr schön, mein Schatz So, Leute Kaden schaut gerade Peppa Wutzke hinein, das darfst du nicht essen Leute, kennt ihr das? Wie ihr lacht? Wir haben da so Likör Schokolade liegen, haben wir ein Geschenk bekommen, aber das ist mit Alkohol Und der Kaden würde sich das reinziehen Ach, ja So Leute, wir machen das jetzt schnell einmal Ich glaube, das wird auch für euch etwas nachweilig, uns hier nur zuzuschauen Deshalb zeigen wir euch gleich, wie die Geschenke alle eingepackt aussehen Also kurz bevor wir fertig sind, schalten wir die Kamera nochmal ein Und dann seht ihr das Ergebnis von unseren Werten Ja Was für ein Wert wird das sein? So Okay Leute, dann würden wir sagen, bis gleich So Leute, jetzt sind wir fertig Wir haben eine ganz, ganz gute Arbeit geleistet Was sagst du? Mehr als das Ja, ne? Obwohl wir kaputt sind, ne? Yeah Wir wollten jetzt einmal die Geschenke für euch zählen Ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, dass es euch interessiert 100% Nur zu zählen Aber dann machen wir mal so Du gibst das dann einfach mal rüber, ja? Okay 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 Dann würde ich sagen, oh Dann würde ich sagen, das größte ist Nummer 1, ne? Nummer 1 Ist ja nicht zu übersehen 1, 2, schnell, komm 9 10 10 Und Last 1 Ja Leute, das sind unsere Geschenke. Ihr dürft quasi entscheiden, wie das nächste Video ausgeht. Wollt ihr nur sehen, wie Caden seine Bescherung macht und seine Geschenke auspasst? Oder wie die ganze Familie sich über ihre Geschenke freut. Ja, sehr wichtig, in die Kommentare schreiben Leute, man sieht mich nicht. Okay Leute, wir hoffen das Video euch gefallen. Muss Leute machen, wir hatten so viel Spaß und es war so anstrengend. Wow Leute, wir hatten richtig viel Spaß und es muss doch belohnt werden mit einem Daumen nach oben. Genau und mit einem Kommentar nicht vergessen, ihr schreibt rein nur Caden oder Familie. Glocke nicht vergessen zu aktivieren und wir sehen uns im nächsten Video. Und abonnieren nicht vergessen du, sehr wichtig und bis.